So, hallo liebe Freunde, wie ihr seht werde ich gerade schon verfolgt. Ich wollte noch sagen, willkommen zu DayZ mit den Manic Gamers. Ja, ich bin ja gestorben in der, ja eben nicht in der letzten Folge, nämlich offscreen bin ich gestorben. Aber dazu kann euch der General noch mehr erzählen, wie ich gestorben bin, wa? Ja, genau, der Noob ist mich mal wieder voll in mein Feuer gelaufen. Ja, natürlich, in dein Feuer rein. So wie ich es gern mache. Gut, vielleicht habe ich vorhin gefeuert, aber... Ja, du hast mich die ganze Zeit mit dem MG-Geschütz vom Wagen verfolgt. Ja, das ist Quatsch, das war ein Versehen. Ein Bug. Ja, genau, ein Bug, ein schöner Bug. Äh, naja, egal, wie auch immer. Ähm, ich weiß gar nicht, ich meine, Poesie hätte gesagt, er hätte das sogar aufgenommen. Also eventuell könnte das ein Zusammenschnitt werden, den ihr dann zu sehen bekommt. Aber das... Verlasst euch besser nicht drauf. Ja, okay, verlasst euch einfach nicht drauf. Aber, wie gesagt, bin gestorben. Und ich bin... Der musste ja gestern Platz machen. Ja, ja, toll. Wer ist denn noch alles dabei? Äh, ja, genau. Der andere hat noch mitspielt. Er hat sein Zeichen verpasst. Ja, mhm, ja. Nee, nee, ich habe es mir mitgekriegt. Nur ich dachte, ihr wollt vielleicht ein bisschen weiterreden. Und ja, ich bin natürlich auch dabei, der liebe Battlebird. Und natürlich am Essen. Wie soll das anders sein? Stimmt gar nicht. Nein. Wäre ich am Essen, könnte ich ja nicht so gut reden. Ah, naja. Hat man ja eben gehört. Nur ganz dezent. Am Anfang. Oh, nein, nein, nein. Was hast du gesagt? Genau. Kann ich nicht hören. Mein Mund ist zu voll. Hm. Dann brauchst du noch, bis du beim Airfield bist. Ah, nee, du bist ja weitergefahren letztes Mal. Ich? Nee, nee, Battlebird. Der ist sieben Kilometer vom Airfield entfernt. Hahaha. Ähm, du hattest doch irgendwas von der Schusshaltung gesagt, die man in der Hocke machen kann, ne? Ja, das ist aber eine andere Mod. Ah, schön. Overwatch. Ja, die wir ja eventuell ja auch spielen. Falls jetzt dieses Overwatch... Äh, wie heißt's? Overwatch. Let's test Overwatch... Nee, wie haben wir das denn genannt? Pilotfolge. Pilotfolge, genau. Haha. Schlimm, wenn einem die deutsche Sprache so schwerfällt. Ja, Alzheimer in diesem Alter. Ja, schon schlimm. Sollte man mehr bekämpfen. Ähm, ich bin übrigens in Balota. Also, wenn einer die Muße hat, mich abzuholen, ich bin hier. Ja, weil keiner von uns ein Auto hat. Ja. Du bist gut. Na ja, ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Witz in die Sache. Ist ja sonst immer so trostlos hier. Fuck you, Zombie. Ah, I hate it. Jawoll. Hm. Äh, Zombie umgebracht. Jetzt eigentlich nur probieren, ob's diesmal geht. Und wenn nicht, hab ich gelitten. Jawoll. Zwei Dosen Coke. Ein Heatpack, ne, das brauch ich jetzt nicht unbedingt. Ja, und Stunnerg, warum nicht? So. Wo seid ihr eigentlich jetzt gerade unterwegs? Ich bin momentan mal im Nord-Ost erfüllt. Okay. Ich hab grad einen Aspekt. Ich bin auf dem Weg dahin. Nord-Ost, Nord-Ost. Äh, ich muss mal gucken, dass ich irgendwo ein Auto mir auftreiben kann. Und dann... Du wirst dich am besten erstmal aus. Ja. Äh, ja. Ich hab einen Large Gunback. Ich will jetzt nicht mehr sterben. Ja. Du wirst sterben. Ich werde sterben. Drück alt und linke Maustaste. Halt's im Maul. Ich hasse dich immer noch für die Aktion. Und für die Aktion, dass du mich mit dem MG-Geschütz erschossen hast. Das hat beides niemals stattgefunden. Nö. Wir haben eins davon garantiert auf Video. Das mit dem MG-Geschütz, muss ich nochmal Poesie fragen. Niemals. Ja, gut. Das eine ist schon draußen. Das andere hat aber nicht stattgefunden. Nie. Natürlich. Dann möchte ich noch anmerken, dass Battlebird mein Heli geschrottet hat. Auch offscreen. Leider. Weißt du, nur weinen kann er. Ja. Es ist, äh, unglaublich. Ja. Wie er immer denkt, dass er die schlimmsten Momente ab... Okay, er bekommt die schlimmsten Momente ab. Hm. Fuck. Geht so. Aber Battlebird hat das lästige Leiden, dass er mal alles überlebt. Nein. Das kann auch ein Fluch sein. Ja, das ist eigentlich schon ein Fluch, weil ich sterbe nicht. Ja, das ist schon schade. Deshalb sollten wir ihn jetzt eigentlich mal umbringen, oder? Ihn mal ein bisschen unter die Arme greifen. Aber wenn wir auf ihn schießen, prallen die Kugeln an ihn ab und fliegen auf uns zurück. Ja, stimmt. Das ist ein Problem. Alter, er überlebt es. Wenn ihr mit einem Auto irgendwo crasht, es explodieren lasst. Du stirbst, er überlebt. Ja, das ist ganz normal. Er überlebt den Heli-Crash. Er überlebt alles. Im Ernst, für diesen Heli-Crash könnte ich dich immer noch umbringen. Vor allem du stirbst, die beiden Autos gehen drauf, der Heli und ich sitz einfach auf dem Fahrrad überlebe. Habt so einen kleinen Kratzer und das war's. Ja. Wow, 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 wow. Medik-Zombie. Man, nicht aufregend. Überleg, ob ich mich auch umbringen lasse, einfach nur damit wir wieder zusammen sind. Warum, ich bin ja jetzt gleich beim Airfield. Weiß. Mit klein, gleich meine ich nur noch vier Kilometer. Ja, na super, hier ist ein Zahlenschluss. Ich hasse es. Ja, komm. Fuck. Okay. Okay, okay. Was? Leckt mich? Bloll, was macht da hinten ein Zombie, mitten im Wald? Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Keine Binden mehr. Wir sind auch vorhin vier NPCs entgegengekommen, die ich dann erstmal entsorgen musste. Leute, hat einer OBS für mich. Äh, Binden meine ich. Nein, im Ernst, habt ihr ne Binde? Ich bin im Stor. Wissen wir deine Tage? Ja. Ich ziehe eine rote Spur hinter mir heran. Ja. Ist es normal, dass ich... Ich schlafe ich eine für dich, du musst nur vorbeikommen. Ja. Ist es normal, dass dann auch das Sichtfeld verschwindet und so bei denen? Frag doch mal jemand, der davon Ahnung hat. Ja. Battle Bird, wie sieht's aus? Ja, das ist vollkommen normal. Alles klar, dann bin ich beruhigt. Irgendwann fällst du dann ohnmächtig um, das sind dann so die, weißt du, das sind dann die Schmerzen, die Unterleifsschmerzen, die manchmal kommen. Da musst du dich einfach hinlegen und schlafen und wenn du Glück hast, wachst du dann auf und siehst ein paar helfende Leute in weißen Kitteln, die dir die Klamotten vom Leib reißen und ganz nah mit dem Gesicht an deinem Körper sind, weil sie auf Nummer sicher gehen wollen, dass du noch lebst. Battle Bird. Nennt sich übrigens Zombies. Ich bin übrigens gleich tot. Wer ist gleich tot? Ich. Wir sind feind im Tor, oder? Weil ich ganz aus Versehen von einem Turm gesprungen bin, um mich von Zombies schlagen zu lassen. Cool. In meiner Leiche ist ein kompletter Toolbelt und eine SVD, weil du was brauchst. Ich bin Taliban, ich begehe Selbstmord, du kennst das doch. Nein, du darfst nicht sterben, du hast doch das Taliban-Outfit. Mach doch nichts, findet man doch wieder. Nein, dann bist du... Alla wird es mir wiedergeben. Nein, was tust du da? Ja, ich kann nur noch hoffen, dass da vorne wieder was passiert ist. Ich überlebe das, ich überlebe das, ich überlebe das. Ich überlebe es nicht. Ich habe 5000 Blut. Yay. Ich gebe den Blut weg. Vor allem, ich habe eine einfache Blutung. Ja. Moment. Instruvation. Du bist eine Frau, das ist vollkommen normal. Ich bin leider keine Frau mehr. Dann würde ich mal zum Arzt gehen. Ja, die männlichen Tage sind etwas ganz Komplexes. Ja, dein Eichel häutet sich. Okay, ich gebe mir jetzt mal selbst ein Blut weg. Mach das. Oh mein Gott, auf die Entfernung sieht mich natürlich so ein vertackter Zombie. Vor allem ein einziger Wissen im Wald. Na? Ich kann mir kein Blut weggeben. Was für ein Rotz, es gibt kein Selbstblut weg. Und jetzt beginnt mein Sichtfeld zu schwimmern. So, dann übernehme ich jetzt mal die weibliche Hauptrolle. Ja. Die weibliche Hauptrolle wurde nun gesetzt mit General Hunter. Ich komme zu dir, wer auch immer oben auf mich wartet. Klar, wenn man es bei uns sitzt, man. Ist ja cool. Oh, jetzt wird es wieder... Nein, jetzt wird es nicht. Ha, ich gehe nicht ohne Kampf. Boah, das fetzt. Eine richtig krasse Mucke. Die voll zu einem Zombie-Survival-Spiel passt. Dubstep. Halt. Keine Ahnung, ich wollte irgendwas drauf. Ich meine die Anfangsmusik. Achso. Achso, die. Ja, ja, ja. Ja, was? Ich kann jetzt hier nur noch darauf warten, dass ich sterbe. Oder du bandagierst dich. Und du überlebst das. Du hast einen Dodge Gunback. Du kannst gar nicht sterben. Ich habe keine einzige Binde mehr. Das klingt immer noch scheiße. Wie viel hat man denn am Anfang? Zwei. Eine. Eine, stimmt, eine. Ja, man hat nur eine. Reicht doch vollkommen. Ja, die habe ich schon gebraucht. Jetzt hat mich wieder so ein scheiß Zombie angefallen. Ich kann mir noch die Protiko reinmachen. Gut, dann hast du einen Tod verdient. Battlebird, hast du ja nicht irgendwann mal ein rotes Auto stehen lassen? Genau da bin ich. An dem roten Auto. Rotes Auto, rotes Auto ist perfekt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich mein Auto ist, was du da gesehen hast. Doch, ich bin mir sicher, dass deins ist. Und wie macht es das? Du hast dein Mikrofon gemutet, weil du eben wieder gegessen hast, stimmt's? Ja. Ich habe mich gemutet. Du hast dein Mikrofon rausgezogen. Nein, ich gebe es zu. Ich habe eben im Fernsehen noch nachgeguckt, weil es läuft gerade ein wunderschöner Film. Den wollte ich gerade mal wissen. Titanic. Bonus. Was? Ja, natürlich. Titanic. Dirty Dancing. Oh mein Gott, nein. Was? Habe ich recht? Du hast Dirty Dancing verpasst. Okay, komm, weih uns ein. Welchen Film meinst du? Alter, was ist das? Der stirbt gerade von NPCs oder ist irgendwo runtergefallen. Er verdient's. Boah, ich laufe gerade ohne, dass ich es will. Achso, ja, das kenne ich. Oh, jetzt habe ich ein fucking Magazin eingesetzt. Alter, ich bin auf einmal umgefallen. Ich verliere kein Blut. Ich verliere keine Blut. Ich verliere keine Blut, ja. Aber bei mir wird immer noch eine Blutung angezeigt. Macht nix. Yolo. Ich nehme jetzt die Einladung von dem Typen an, der mir gesagt hat, dass er mich abholen will. Nein, niemals. Oder du bringst dich selber um. Ja. So wie ich. So. In welche Richtung soll ich denn rennen? Rechts. Wow. Okay, dann renne ich jetzt mal rechts. Ab in den Wald. Scheiße. Da. Oder du lootest. Oh, meine Blutung hat aufgehört. Yay. Das könnte ich machen. Du könntest mich aber auch einfach abholen. In Balota. Er fehlt. Wie soll ich das tun? Du hast doch gerade gesagt, du bist neben dem Auto. What? Battlebird will sich abholen lassen von irgendeinem. Ja. Battlebird, wo bist du denn? Ach so, in der Pampa, ne? Ja, irgendwo in der Pampa. Ah, blablabla. Oh, Bandagen. Dankeschön. Ich mag dich auch. Gerne. Ich darf hier jetzt gerade mit einem immer wieder schwarz werdenden Blickfeld rumrennen, weil ich keinen Self-Blan... Oh, noch mehr Bandagen. Jetzt habe ich fünf Bandagen. Ich hasse dich. Ja. Danke. Ja, ist halt einfach so. Vor allem, ich darf jetzt hier mit so einem schönen pulsierenden Bildschirm durch die Gegend rennen. Hey, manche Leute bezahlen für sowas Geld. The fuck wer denn bitte? Hä? Hä? Was, hä? Wer sollte denn für ein pulsierendes Spiel Geld bezahlen? Pulsierendes Bild. Ach so. Wer bezahlt dafür Geld? Ja, ich zum Beispiel. Okay. Ich will gar nicht wissen, was du alles in deiner Freizeit machst. Ja. Vermutlich genau das kann das sein. Was? Ach, ne. Oh, Battle Bird hat aufgegeben. Wenn ich lang genug nachleite, wird der Zombie irgendwann ablassen. Bin mir sicher. Ganz bestimmt. Ich weiß es. Na gut, das funktioniert nicht. Aber nun muss ich es auf die altmodische Tour machen. Inner schießen. Ja, erstmal voll daneben schießen. Hatte ich gerade auch schon. So ein schönes Aiming. Alter. Ich bin gerade echt so schlecht. Ja, jetzt blute ich. Jetzt kann ich stehen bleiben. Das ist so schön, wenn man so in kein D7 mehr spielt. Also kein Epoch. Ja. Vor allem, weil es hier kein Self-Blood-Bagging gibt. Ich hasse halt. Wir Overwatch spielen. Äh, im Ernst. Wir sollten Overwatch anfangen. Ja, okay. Da hat man wenigstens so ein paar NPCs, vor denen man Angst haben muss. Und nicht so... Lass es mit Epoch aufhören. Nein, komm, wir müssen es schon noch zu Ende führen. Okay. Äh, zu Ende führen kann ich meine Waffe einmal um 90 Grad drehen und mir in den Mund schießen. Ist das dann zu Ende geführt? Äh, hier auf dem Server geht das leider nicht. Ähm, wenn du das hinbekommst, ja. Deal. So, schnell mal ein Hex suchen. Ja, genau. Und Battlebird hat schon wieder sein Mikrofon ausgesteckt. Battlebird, glaub uns, wir hören das. Brauchst dich nicht zu schämen, dass du Titanic guckst. Und Dirty Dancing. Das ist nicht Titanic. Das ist Dirty Dancing. Dann ist es Dirty Dancing, ja. Aber wie wär's, wenn du mal ein kleines bisschen professionell bleibst und einfach dein Mikro drin lässt und nicht dauerhaft wieder ausstöpselst. Ja. Oh Mann, okay. Aber ich will grad wissen, grad ist eine sehr spannende Szene. Was guckst du denn? Die haben eine verbrannte Leiche gefunden. Keine Ahnung. Oh Mann. Ich komm vorbei und schlag dich. Jetzt mach dich scheiße aus. Ich hab den Namen eben verpasst. Navy CIS. Es gibt so etwas, das halt nennt sich Teletext. Psch, von sowas wollen wir ihm noch nicht sagen. Okay. Wir wollen warten, bis er groß genug ist. Also, ja, ich komm gleich. No, 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 no. Ich wette, mit dir ist es Navy CIS. Hängt vielleicht noch ein L.A. dran oder so. Navy CIS L.A. Ja. Das gibt's doch, oder? Keine Ahnung. Nein. Super. Super 8 ist es. Oh. Ja, okay. Super 8? Ja, ich hab auch keine Ahnung, aber es sieht irgendwie interessant aus. Eben war eine riesige Explosion. Und jetzt lag da eine verbrannte Leiche. Und jetzt, ja. Ja, das kommt extrem selten vor bei Explosionen, dass da Leute nicht verbrannt sind. Aber der Typ ist nicht komplett verbrannt. Er lebt noch. Was auch wiederum sehr hyperrealistisch dargestellt ist. Fick dich, Zombie. Jetzt lass endlich ab. Oh, hier sind wir das letzte Mal gestorben. Hehe. Also, in Overwatch. Oh, Zombie, du gehst mir grad so auf die Eier. Und ich bin rausgeflogen? Glaube ich irgendwie nicht. Ach, jawoll. Entweder unser TeamSpeak-Server ist down, wovon ich mal ausgehen würde. Weil ich nämlich gerade in DayZ nicht rausfliege. Ja, oder DayZ generell mein Internet wäre tot. Aber das glaube ich ja, wie gesagt, nicht. Na gut, dann versuche ich noch die Folge irgendwie zu Ende zu führen. Indem ich es schaffe, diesen schönen Zombie hinter mir loszuwerden. Und dann werde ich die Folge beenden. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie gefixt bekommen. Ja. Ja, ich versuche jetzt irgendwie irgendein Haus zu erreichen, in das ich reingehen kann, ohne gleich zu sterben. Aber dann kann ich mich da erstmal hinlegen und hoffen, dass da irgendwas drin liegt, was mir hilft. Ah. Was ist denn scheiße? Und ich wurde auch gerade schon auf Facebook angeschrieben. Anscheinend liegt es wirklich daran, dass unser TeamSpeak-Server down ist. Dafür entschuldige ich mich jetzt erstmal. Ah, nein! Das sieht so aus, als würde ich die Folge schneller fertig bekommen, als ich denke. Gedacht habe. Wie auch immer. Ja, damit bin ich auch ein weiteres Mal gestorben in der See. Diesmal leider ohne Battlebirds Einwirkung. Oder die vom General. Aber hey. War genauso witzig. So, und jetzt werde ich mich mal darum kümmern, dass wir wieder einen TeamSpeak-Server erreichen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.